Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Mein rechter, rechter Platz ist frei, ich hätte gern Geschlechtsverkehr. Also wie gesagt, Chef, ich brauche gar nicht mehr Geld. Ich brauche es nur öfter. Du bist, was du isst. Ich, King des Monats. Irgendwann leuchtet über den Berliner Flughafen riesengroß und stolz der Schriftzug Ferti. Was ist der Unterschied zwischen einem Cheeseburger und einer Frau? Der Cheeseburger futzt dich, wenn man die Gurke rauszieht. Immer diese Enttäuschung, wenn du fragst, ob du helfen kannst und dann auch tatsächlich helfen musst. Vorhin im H&M. Junge will rosa Socken kaufen. Kassiererin? Die sind für Mädchen. Junge? Ich dachte, die sind für Füße. Keine Ahnung, wer das zwischen YouTube und der GEMA geklärt hat, aber könnte diese Person sich jetzt bitte um den Austkonflikt kümmern? Ich bin ein UFO. Ein unglaublich faules Objekt. Manchmal schaue ich meiner Waschmaschine beim Schleudern zu. Sie mir aber nie. Ich bin erkältet. Trink warme Milch mit Honig, das hilft. Ich bin Veganer. Tja, dann stirb halt. Ist bestimmt eine Herausforderung für Bahnangestellte, so zu streiken, dass man einen Unterschied zum normalen Betrieb bemerkt. Und was hast du studiert? Keine Ahnung. Irgendwas mit anderen Studenten und viel Alkohol. Endlich! Wissenschaftler haben bewiesen, Männer sind intelligenter als Frauen. Da, wo Männer denken, haben Frauen ein Loch. Darf ich dich mit einem Textmarker anmalen? Wieso? Du bist mir wichtig. Scrabble Buchstaben W-N-S-H-C-I-E Mutter legt Wischen, Vater legt Schwein. Sohn legt das, was wir alle legen würden. Dieser Witz könnte ein Einzeiler sein. Könnte. Was ist der beste Kleber der Welt? Sperma! Oder hast du etwa schon mal ein Kind auseinanderfallen gesehen? Mein Herz schlägt schneller als deins. Andreas Burani, sing jetzt auch auf Beerdigung. Seit über einer Stunde fahre ich einem Reisebus hinterher. Ich weiß zwar nicht, wo die Reise hingeht, aber ich habe gerade das W-Lan. Und am achten Tag erschuf Gott die Feiertage. Aber er gab dem Westen und dem Süden mehr, weil sie coolere Kirchen gebaut hatten. Willst du mich immer lieben? Ja, Schatz. Sag, wie lange? Bis zur Eröffnung des Berliner Flughafens. Oh, du bist so romantisch. Was machst du denn? Duschen. Du ananierst. Es ist meiner und ich wasche ihn so schnell ich will. Als was würde man Goethe bezeichnen, wenn er heute noch leben würde? Als den ältesten Bürger der Welt. Wie alt ist deine Tochter? Fünf, aber sie wird bald sechs. Das ist typisch für das Alter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonniere doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Untertitelung. BR 2018